Ich bin's wieder, euer Maruko heute mit Shenmue Folge 3. Ich hab gesagt, es war ein bisschen schnarchig, das Spiel macht ja sonst weiter Spaß. Nur, ich muss da jetzt durch. Ich hab's schließlich auch angefangen. Ohno-San. Hey, Ryo! Do you know of any tattoo parlors around here? Tat? Oh, right, tattoos. I heard there was a shop like that around here. Really? Do you know where it is? No idea. Oh, I know some of the bikers who come here sometimes have tattoos on their arms. Why don't you ask them? Where can I find them? I see them a lot in the arcade. The arcade? Thanks. Hello, this is our TV. Excuse me. Come on in. Do you know of a tattoo parlors in this area? A tattoo parlors? Hmm. Aren't you here to play? No, maybe next time. Excuse me. Yes? What can I help you with? I'd like to ask you something. About what? Is there a tattoo parlors around here? A tattoo parlors? I wouldn't know about that. I see. Excuse me. I'd like to ask you something. This is the best part. Leave me alone. I hit the jackpot. Must be my lucky day. It's the best part. Exusse me, do you know of any tattoo parlors? Tattoo parlors? Why don't you ask the manager? I see. Excuse me, I'm looking for a tattoo parlor. Ich habe nicht mehr von hier gehört. Warum fragst du nicht den Klerk da? Danke. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Hallo. Hast du Zeit, Hattori-san? Ja, was ist das? Ich bin ein Klerk. Ich weiß, ob es hier ein Tattoo ist? Tattoo? Du sagst, eine reale Tattoo? Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich verstehe. Hey, Ryo. Was willst du mit einem Ort? Oh, ich bin nur für jemanden. Ist das so? Also, bitte bemerkbar. Ich bin sicher, ein Ort wie das... Ich verstehe. Ono-san. Hey, Ryo! Du kennst du irgendwelche Tattoo-parlerns? Tattoo? Ich habe gehört, dass es ein... wirklich? Du kennst, wo es ist? Keine Idee! Oh, ich weiß. Einige der Biker, die hier kommen, haben manchmal... Warum fragst du sie? Wo kann ich sie finden? Ich sehe sie oft im Arcade. Im Arcade? Im Arcade? In Icke? Das ist jemand schrecklich. Das ist mit derzeit. Das ist jemand, der sich zählst. Ich bin im Apfelchen. Oh, ich weiß nicht. Das ist eine Kaffee. Und er hat ihre Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab's gefeuert. Ich bin hier! Gib mir etwas schwer! Soll ich mich nicht zu tun! Ja! Wie das Schoole-Boi! Schau dich! Er hat auch dein Knochen! Das Schoole-Boi! Huh? Es ist er! Ah! 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 Hast du einen Tattoo? Ich schaue einen Mann named Charlie. Er ist da. Er ist schlafen. Er kann ihn nicht erwarten, wenn du dich schraubst. Er ist weg. 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 Nein, du musst deine Hand ausküren. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Hallo Ryo! Nozomi, was du hier machst? Die Klasse kam nicht. Du musst hier nicht sein. Aber ich habe dich geschaut. Oh? Meine Freundin sagte, dass sie dich hier gesehen hat. Aber warum? Heute hatten wir unsere Hochschule. Aber du warst nicht da. Ja. Hast du entschieden, woher zu gehen? Nicht noch. Aber wenn ich gehe, dann wird es Karate. Es ist Zeit, dass du studierst für die Entrense. Ja, ich weiß. Ich bin Angst. Und mit der Entrense... Ich werde gut sein. Ryo... Ich verstehe, was du mit deinem Vater geht. Aber... Wir können es später sprechen. Entschuldigung? Ja. Es ist gefährlich hier. Du solltest nach Hause gehen. Ja. Du solltest nach Hause gehen. Du solltest nach Hause gehen. Du solltest nach Hause gehen. Ja. Ich verstehe, was du denken. In der Nacht. Hallo, Jun. Es war dich da. Nein. Ich verstehe. Nein. Nein. Ich verstehe. Es ist verrattet. Um, what is it, kid? I need to ask you something. Forget it! Uhm... Who the hell do you think you're talking to? You fighting with me? I've got a question for you. I've got nothing to say! I will hurt you! I've got nothing to say! Let's go! I'm sorry! I'm sorry! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tom. Hi! You're looking good. I'm always chillin'. If you ever need help, just ask me, okay? Thanks. 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 You're looking good. Ah, here's Spielhalle. Ah, yeah, okay. Yeah, okay. Yeah. I'll see you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist da oben dran? 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 Ich bin sehr nah dran. Ja. Ich dachte, wer müsste dieüne reden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wyo-san, was warst du mit Ine-san? Well... Is that a letter? In Chinese? Is it from the man who murdered Sensei? I don't know. Damn it! If only we knew someone who reads Chinese! I don't know who to read 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 Chinese! Wo Jo gab's ja gar kein Schränk, wenn er sich der Witzkreuz Was ist denn Schlüssel, ne? Was ist das Schlüssel? Was ist das Schlüssel? Was könnte das sein? Was ist das Schlüssel? Was ist das Schlüssel? Nein, kommt nicht. Nein, nein. Achso, ich könnte das mal eben machen. Ah. Habe ich wahrscheinlich dann verpasst, den Erfolgen. Er stand jetzt, ruft die Polizei, nachdem dein Vater getötet wurde. Jetzt ist es natürlich, dass ich schon gewisse Tage unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass das noch kriege. Ich glaube nicht mal, wie die Nummer ist. Ihr habt dann wiedersehen, wie ihr seppst. Das ist nützhaft. Ich bin voll, dass sie mich glaubt. Er ist nützhaft. Dann geht es um Angesicht. Wo muss man das... Oh, 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 ich habe gekriegt. Pflichtbewusst, 30 Punkte. Ah, korrekt. Erhalten, also den kann man nicht verpassen, in dem Sinne. Im Keller. Was findet den Spiegel des Phoenix im Keller des Hasokis? Finde einen Job am Hafen. Rette Nozomi von Mad Angels. Besiege 70 Männer im Faustkampf. Schließe das Spiel ab. Finde Erinnerung im Garten. Der alten Frau Endobita auf der Suche nach einem bestimmten Haus geholfen. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Den Spiegel des Phoenix zu den zwei Antiquitäten der Endobita gebracht. Finde Megumis Kätzchen, nachdem es verschwindet. Lerne eine Technik von Tom am Hotdog-Strand. Und Marks Liebling. Gewinne ein Gabelstaplerin. Okay. Finde ein erstes Sammelspielzeug. Erlerne eine Kampftechnik. Besuche die Wahrsagerin. Da könnt ihr gleich mal reingehen. Besäge Chai am Hafen. Erlerne fünf Kampftechniken. Sammle 25 Kapselspielzeuge. Sammle 50 Kapselspielzeuge. Betritt Lagerhaus 8 und trifft Meister Chen. Dann findet ihr eure moderne Küche. Finde die noch im Dojo. Übe im Dojo Jujutsu. Spiele Hang-On oder Space Harry. Also warte, dann kann ich ja gleich mal eben... ... die Wahrsagerin. Spiele Hang-On. Spiele Hang-On. Spiele Hang-O-Ton Untertitelung des ZDF, 2020 I don't think anybody's in 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 Here, eat it It's tasty Look, Dio, she must like it Yeah, she'll recover faster if she eats You're right, thanks Dio I don't think anybody's in 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 Wo hat der denn schon so viel eingesteckt? Ich gehe nach Hause, Kleiner. Ja? 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 Was ist das? Na, das ist genug! Huh? Wo? Ich glaube nicht, dass du das nicht kannst. Du bist okay? Shishi, danke. Shishi? Hey, bist du Chinesisch? Ja, mein Name ist Xiaogon. Was ist dein Name? Ryo, Ryo Hazuki. Ryo, Ryo Hazuki. Ja. Shishi, Ryozan! Ja, du willst mir los. Lele, 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 Lele. Lele, Lele, Lele. Neig, Lele! Merle, Lele, Lele! Neig, Lele, Lele... Lele, 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 Lele! Unge, Lele... Lele, 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 Lele... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grrrr Musik Musik ZAPPY Musik Sp Premiere Byosan Ya, thats me What was that letter about? Apparently this Those who pursue the mirror So the letter is connected to the Sensei's death Ich werde herausfinden. Willst du den Master Chen suchen? Das ist alles, was ich tun kann. Wenn du herausfinden kannst, lass mich! Ich werde. Ich werde immer rein, wenn er nicht schlafen wird. Ich brauche schon wieder davor. Die Das ist nur eingesammelt, aber machen kann ich jetzt nicht. Das sind nur Sammelobjekte. Ich kann nichts machen. Hallo? Ryo. Nozomi, wassup? Ich möchte Sie über etwas sprechen. Können wir uns treffen? Ja. At Sakuragaoka Park? Ich werde warten. Alright. Das ist nicht so wichtig. Ryo. Aber ich kann nicht lange bleiben. Ich weiß. Du siehst, ich... Ich wollte es warten. Ich wollte es warten. bis die Dinge fertig sind, bevor ich gesagt habe. Aber ich kann nicht mehr warten. Ich kann nur... Ich kann nur... Ich kann es nicht in. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Nozomi. Es geht um meine Gefühle für Sie, aber... Ich kann nicht sagen. Wenn ich Sie nicht sagen. Ich fühle mich jetzt. Ich fühle mich auf meine Chance zu... Ich weiß nicht. Es hat etwas passiert? Lass Nacht, meine Mutter von Kanada呼fen. Mein Vater sagt, dass ich zurückkriege. Also, Sie sind schnell weg. Ich weiß nicht wann, aber... Ich kann nicht weg, ohne Sie zu wissen, wie ich fühle. Ich weiß. Ich weiß nicht. Aber jetzt... Ich weiß nicht, wie ich fühle mich. Ich verstehe. Wenn du bereit bist, erzähl mir. Ich werde. Entschuldigung. Ich habe dich ausgesprochen. Nozomi. Nicht vergessen, zu sagen. Tschüss. 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 Hör. Mir hatten wir gestern Ihre Gefühle gestanden. Aber was fühle ich? So, ihr Lieben, Und das war die dritte Folge von Shenmue. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin hat ich Dioran Steiff, euer Maru.